Was geht ab, meine lieben Freunde? Euer Juni hier und herzlich willkommen zum nächsten Red Dead Redemption 2 Let's Play. Ja, Freunde, bevor jetzt erstmal alle fragen, ey, was ist mit WWE? WWE wird es auf jeden Fall heute auch noch geben, nach diesem Video, heute irgendwann am Abend. Und ja, Leute, wir machen da weiter, wo wir letzte Folge aufgehört haben. War mega gut gewesen, die letzte Folge hat abnormal Bock gemacht. Ich weiß nicht mehr alles genau zu 100%. Gestern kam ja leider keine Folge online, Freunde, muss ich ehrlich sagen. Meine Freundin war noch hier und wir wollten unseren letzten Tag genießen. Und ja, wir sind jetzt hier zur nächsten Mission gefahren, letzte Folge genau, da war das mit dem Feld abbrennen, wo wir das ganze Feld da abbrennen mussten und wo Arthur fast gestorben ist. Genau, jetzt fällt es mir wieder ein. Das war echt eine kranke Folge. Und wir machen jetzt weiter, Spaziergang in einem hübschen Städtchen. Wir machen jetzt weiter. Wir machen uns auf den Weg. Eine Falle. Das könnte eine Falle sein. Kinokamera-Leute. Boah, dicker Fühl. Hört mit und nicht mit. Guck mal, der Himmel. Oh mein Gott. Ach du Scheiße. Heilige Scheiße. Was ist da denn gerade passiert? Oh mein Gott. Auf einmal. Ah, hier braucht eine andere Waffe. Wir haben nur... Ah, da unten die Waffe haben wir. Perfekt. Da oben auf dem Dach. Bam, haben wir. Boah, wie geil das mit dem Himmel aussieht, Freundin. Seid mal ehrlich. Nein. Alter, wie dunkel das ist. Man sieht die fast gar nicht, ne? Zack, hab ich. Boah, Leute, Alter. Wir sind wieder richtig präzise unterwegs. Bam, ey. Ei, ei, ei. So, ja, es haben auch wieder ein paar gefragt. Ey, ne, wirst du Red Dead Redemption zu Ende zocken oder wirst du es abbrechen? Also ich werde es auf jeden Fall zu Ende zocken. Nur ich werde mir in Zukunft dreimal überlegen, welches Spiel ich jetzt playen werde und welches ich streamen werde oder welches ich, besser gesagt, nicht so lange zocken werde. Oh mein Gott, hallo. Was geht denn hier ab? Alter, wir sind fast tot. Ähm. Denn ich muss sagen, die Klicks haben echt krass nachgelassen. Aber ich will ja nicht jedes Video darüber sprechen, halt. Deshalb halte ich jetzt meine Schnauze. Nur ihr fragt halt teilweise immer drunter. Deshalb, ich werde es auf jeden Fall durchziehen. Und alle, die zugucken, ihr werdet eine Menge Spaß haben. Ich werde auch einmal auf jeden Fall mal streamen, gucken, wie das ankommen wird. Auch wenn es vielleicht ein bisschen nicht so die Let's Play-Atmosphäre sein wird. Aber ich werde es trotzdem mal machen, Freunde, kommende Woche. Deshalb wünsche ich euch jetzt erstmal viel Spaß. Let's go. Ey, wir müssen jetzt hier... Oh Gott. Da vorne chillt der noch. Ey, ey. Hallo, renn doch herein. Schnelle Mann. Wow, 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 wow. Digga, er stirbt einfach mal. So Leute, wir sind jetzt drin in dem Salon. Soll ich sagen, warum wir gerade gestorben sind? Weil einfach hier in dem Salon auch welche waren, die wir nicht gesehen hatten. Jetzt rennen die weg, diese Feiglinge. Junge, 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 Junge. Boah. Junge, 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 Junge. Richtige wilde Westernhöfe hier, ey. Meine Güte. Wie ein Film. Ich hoffe, Tom, dass wir nicht wissen, was du schon gemacht hast. Kommt raus, Sheriff. Es ist vorbei. Der Sheriff, der Vogelalter. Ist echt so. Ach, du Scheiße. Oh Gott. Alter, wie schnell. Junge, 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 Junge. Der macht klack, klack. Dead Eye, die sind tot. Kranke Scheiße. Er war ein guter Kind. Wie war ich denn? Ich weiß, wie war ich denn? Lass mich sehen. Sie haben uns erst einmal gemacht. Sie haben uns nicht gefühlt. Wir haben ihre Fremde. Ich muss weitergehen? Oh, easy. Johnny Morgan. Er war da, versuchen zu finden, einen Weg zu finden. Gleich wie du. Gleich wie Hosea. All du machst, ist es schweig, wenn Dinge nicht funktionieren. Except wenn es dein Geheimnis ist. Du wirst nicht wissen, was du sprachst. Du wirst keine Ahnung über niemanden, aber du wirst... Oh, du wirst so großartig, aber du bist nicht besser als der Rest von uns. Ich bin mit dir mit dir, die Leute, nah an, was, sechs Monate jetzt? Und all you ever done was complain. Du kannst kämpfen, aber du kannst nicht denken. Du kannst auch nicht tun. Okay, Cowpoke. Bill, holst du den Manns' Körper. Sehr impräsident, in einem Ort, in einem Ort. Macca? Das Beste, wenn ich für einen Moment nicht spreche. Ich bin einfach so befreundet von dir. Geh aus meiner Seite, ein Paar von Böden. John wurde getötet. Die arme Schorn, ey. Ich hab's gesehen. Kranke Scheiße. Mission abgeschlossen. Puh. Leute, Leute, Leute. Also wir sind jetzt gerade mitten in einem Game, wo wir an so spannenden Punkten einfach sind. Denn es ist einfach so abnormal krass spannend. Man will immer wissen, wie es weitergeht. Und danke, dass ihr alle auf jeden Fall zuschaut. Alle 10.000, die die Let's Play Reihe noch verfolgen. Bleibt auf jeden Fall dran. Denn ich werde das durchziehen bis zum Ende. Auch wenn ich mal streamen werde. Den Stream könnt ihr immerhin danach noch euch reinziehen. Und ich werde mit dem Stream sehr, sehr oft reden. Klar. Aber wenn da Filmsequenzen sind, halte ich meine Schnauze. Das ist natürlich auch klar. So. Wir gucken jetzt mal, wo wir hin müssen. Ich würde sagen, wir reiten dann einfach mal dahin. Das ist ja direkt hier vorne. Komm. Wir können mal jetzt ein bisschen hier zusammenbleiben und quatschen. Also ich wollte nochmal sagen, danke an alle, die meinen Merch bestellt hatten. Mega korrekt von euch. Kam super gut auch bei euch an. Und ich werde zu Weihnachten auf jeden Fall auch was rausbringen. Aber in meinem Schlafanzug, da kann irgendwie keine Firma das herstellen. Das hat mich so abgefuckt. Weil ich würde so gerne meinen eigenen Schlafanzug rausbringen, Leute. Ich warte schon die ganze Zeit, meinen eigenen Schlafanzug rauszubringen. Aber, ja, keine Firma bildet sich an irgendwie. Und ich finde wirklich, Arthur steht der Bart. So, der hat, das hat was irgendwie, ne? Sag mal ehrlich. Oh mein Gott. Wo ist er? Wo ist mein Schlafanzug? Sie haben ihn, nicht? Sie haben ihn, mein Schlafanzug? Wer hat ihn? Wir denken, die Braithwaite-Women haben ihn. Oh. Kieran sieht ein paar Kollegen aus, wie Braithwaite-Women. Wo ist mein Schlafanzug? Wo ist mein Schlafanzug? Wenn ich... Wo ist mein Schlafanzug, Dutch Vandalin? Wir holen ihn. Wir holen ihn zurück. Wir holen ihn zurück. Wir holen ihn zurück. Und wir holen einen Schlafanzug, der hatte die Temerität, die ein paar Hände auf dem Schlafanzug. Abigail. Du hast meine Worte. Just get me back, mein Schlafanzug. Ich holen ihn zurück. So, help me Gott. Right now. Dutch! Wir haben gerade gehört über Jack. Du brauchst ein paar Schlafanzug? Ja, warum nicht? Micah? Kieran? Anyone strange, wenn du dich aufhörst, dann du ihn. Der Rest von euch, wir fahren! Was ist mit dem Bild passiert auf einmal? Warum ist der jetzt Nacht? Bruder, hier... Let's go get that boy back! Oh, jetzt wird's immer spannender und spannender. Liest unten mit. Der arme Jack, alter. Der kleine Junge, ey. Heftig. Also ich hab doch gesagt, irgendwann kommt alles raus. Auch im echten Leben. Irgendwann kommt alles raus. Auch wenn ihr Scheiße baut. Irgendwann wird alles rauskommen oder Karma wird euch bestrafen. Ist einfach Fakt. Ich weiß nicht, aber wir bekommen ihn zurück und sie werden es bezahlen. Ich versuche euch das. Was ist mit dem Gold? Was ist mit dem Gold? Wer ist mit dem Gold? Wer ist mit dem Gold? Ah, ja. Ich liebe es dir zu dir, aber ich glaube nicht, dass es kein Gold ist. Und es ist kein Gold. Es ist kein Gold. Es geht um den Jungen. Die reden über Gold, ey. Oh, sieht das geil aus. Wie im Film, ey. Hallo, Alpha. Ey. Das ist manchmal so komisch mit der Kinoperspektive, wenn sich die Kamera ändert. Ich denke dann immer, ich muss auch anders lenken. Ja, man. Da ist das Haus, Leute. Für die wir gearbeitet haben. Wisst ihr das noch? Und jetzt gibt es Ärger. Guck mal, wie geil das aussieht, ey. Ei, 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 ei. Freut euch drauf, Freunde. Jetzt wird es abgehen. Dumm, 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 dumm. Boah. Film, Kamera. Film, Film, Film. Jetzt wird es abgehen, Leute. Es wird abgehen. Ich sage es euch. Verdammte Scheiße. Oh, jetzt mal von unten die Kamera. Aus dem wilden Westen. All right, everyone. Dismount and come to me. Who went on foot from here? Digga, gar nicht bewacht. Tor nicht zu. Der arme Sean, ey. Der wird einfach in den Kopf geballert, ey. Wir werden das jetzt fixieren. Wie sie nicht wissen, dass wir kommen. Nein, wir werden das gemacht, John. Nein, wir werden das gemacht, John. Sicher, du bist okay? Wie ich gesagt habe, ich bin okay. Folle meine Lied. Die beiden rote Haare-Familien denken, dass sie uns verhören können? Ich glaube nicht. Das ist echt so. Das können die nicht. Boah. Ja. Einfach eine ganze Familie. Ja, sie sind. Wer stehlt einen verdammten Mann? Ich lasse dich an diesen Söhnen. John. Ich brauche dich, calm zu bleiben. Mein Gott, das sieht echt krank aus. Am besten jetzt noch die Kinokamera. Alter. Vielleicht waren die das ja auch gar nicht. Ich bin jetzt gespannt. Easy, John. Wir haben für den Mann gekommen. Du musst wissen, dass wir würden. Du solltest nicht mit unserem Geschäft haben. Oh, shit. Whatever complaint you have with us. Alleged. Or otherwise. That is a young boy. That is not the way you do things. Hand him over. Get the hell off our land. Ach du Scheiße. Wie viele kommen denn da? Fuck. Oh, jetzt geht's ab. Jetzt geht's ab. Wow, wow, wow. Ab in Deckung. Der Krieg beginnt, Leute. Der Kampf beginnt. Let's go. Nein. Nein. Immer wenn ich einmal nicht treffe, bin ich abgefuckt. Boah, der hat gesessen, Alter. Schöne mal in Zeitlupe. Hier, wir haben Afer, den besten Schützen. Der macht euch alle platt. Boah, Junge. Nein. Koi knapp. Jawohl, der hat gesessen. Nein. Let's go. Ihr habt keine Chance. Kommt doch mit 100.000 Mann. Ihr werdet keine Chance haben gegen uns. 20 billige Schützen können nichts gegen 10 gute Schützen machen. Ich bin hier. Nichts könnt ihr anrichten. Nichts. Ja, du bist da nicht motiviert. So, und da haben wir auch schon so gut wie alle, ne? Pündern, pündern, pündern. So, jetzt. Mach die Türe auf. Jetzt räumen wir da mal auf hier. So, jetzt ist es abgeht. Und die alte Brave Rave. Wir finden alle. Jack! Nicht, dass sie ihn umbringen. Such im Anwesen nach Jack. Na, was für aufbrechen. Boah! Heiliger Bim-Bam! Gib dich nach oben zu Dutch. Schnell, schnell, schnell. Ja, was ist das für ein Haus, Mann? So ein Haus wünscht man sich ja jetzt noch so von der Größe. Tritt doch einfach die Türe auf. Was labern die da? Was ist denn los? Oh mein Gott. Oh Gott, wie viele kommen denn da? Heilige Scheiße. Fuck, falsche Waffe. Boah, die Musik ist Bombe. Die Musik ist Bombe. Die wollen das Haus abrennen, glaube ich, mit den Fackeln. Was wollen die machen? Ich weiß nicht, ob die Waffe so weit reicht. Die Waffe reicht nicht so weit. Wie können wir die denn wechseln, Mann? Wir können, glaube ich, keine andere Waffe. Wir müssen die... Ah, die war das, die wir gespielt haben. Sorry, ich habe die falsche gehabt. Ich wundere mich schon. Irgendwas war doch falsch. Ach du Scheiße. Habe ich? Habe ich? Habe ich? Oder? Jawohl. Oh. Er hat zum Glück nicht das Pferd getroffen. Keine Tiere dürfen verletzt werden. Nicht die Tiere. Jawohl. Von rechts kommen auch noch welche. Ach du Scheiße. Hol dir den, hol dir den, hol dir den. Komm, lad nach. Schneller, schneller. Ja, ich komme rüber. Ich komme rüber, Bro. Wow, wie viele sind denn hier? Eins. Komm schon, komm schon, komm schon. Zwei. Ach du Scheiße. Ich nehme euch keine Deckung mehr. Au, au, au. Wir müssen weg hier. Verdammte Scheiße. Da, da, da. Junge, wie viele hier kommen einfach. Das ist zu krank. Boah, der hat gesessen. Ey, Leute, das macht abnormal Bock, ne? Lämt schon mal jetzt den Like-Button auseinander, Alter. Macht mal hier die 4000 Likes voll. Zeigt mir euren Support, Freunde. Digga, tritt hier einfach auf, Bro. Das muss sein. Nehmen die Pumpkan. Ey, ich kann es nicht sehen. Das wird eine Falle sein, 100%. Aufbrechen. Geh mal weg da. Geh mal weg. 1, 2, 3. Wow. Oh, Junge, Alter. Klack, klack. Beide auseinandergenommen. Arthas Dead Eye ist einfach unglaublich, ne? Der macht klack, klack, diesen weg. Heftige Scheiße. Das ist ein Brafe Wrafer. Ich will mich auch, Frau Frau, zu töten. Wo ist der Mann? Wir haben in diesem Haus geschaut, seit 120 Jahren. Wir haben nie Probleme gehabt, als bei Ganges. Wo ist der Mann? Wer hat ihn genommen? Du hast mich verletzt. Oh, und ich werde sicherlich verletzt die resten, ohne dass du zu sprechen kannst. Oh, ich weiß dein Zeitpunkt. Er wird mir ihre ganze Familie umgebracht. Die ganze Familie umgebracht, ne? Die Arme tut mir auch irgendwie leid, ey, ne? Ey, ihre ganzen Söhne und alle wurden umgebracht, ey. Versetzt dich auch mal in ihre Lage so, klar. Nicht, dass der Junge hier doch noch irgendwo ist, ey. Aber vielleicht meint ihr das doch mit Feuer. Jetzt wird's wieder brennen. Oh mein Gott, wir schießen. Fuck, das ganze Haus wird hier abgefackelt, ey. Also den Hut, den nehm ich gern mit. Den nehm ich noch gerne mit. Boah, junger, 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 junger. Jetzt spazieren wir da raus, ey. Und das ganze Haus fackelt ab. Und explodiert gleich. Alle sind tot. Alter, sieht aus wie im Film grad, ne? Jetzt die Kinokamera. Oh, ich habe immer noch nicht gebraucht. Warum hast du den Bogen, Frau Braithwaite? Du hast du meinen Bogen. Die Bogen sind auf die Grenze. Du hast du meinen Bogen. Du hast du meinen Bogen. Du hast du keine Regeln in der Bogen, Herr... Matthews. Ja, ja, das ist es. Wo ist der Bogen? Oh mein Gott. Alter, guckt euch das an. Alter. Das ganze Haus brennt einfach nieder. Kranke Mission. Ey, ich schwör's dir. Also wirklich, die Macher, was die mit dem Game rausgehauen haben, ne? Unfassbar. Nicht in Worte zu fassen, Leute. Ab nochmal. Das ist krank. Heftig. Die Schlacht von Shady Bear. Ich erwarte nicht, dass du das verstehen kannst, aber ich bin nie mehr stolz von dir, als ich gerade jetzt bin, Bruder. Du machst das richtiges Ding. Wenn ich nicht den Bogen zurückkehren, ich bin... Ich bin... Sie... Sie wird uns alle töten. Ich weiß, aber... Wenn man das logisch gesehen hat, ist der Mann gut. Er hat ihn für uns geholfen. Keiner nimmt einen Mann für ihn. Er ist richtig, John. Was denkst du, Arthur? Der Mann wird gut. Aber natürlich Marston hat Marston geholfen. Wir haben alle diese Leute geholfen. Wir haben alle diese Probleme gemacht. Für nichts. Nein, nein. Nicht für nichts. Für leben. Jetzt holen wir diesen Mann zurück. Dann gehen wir. Trust me. Hey, Dutch! Wir haben ein Problem. Nicht ein Problem. Visitor. Eine Lösung. Guten Tag, kleinen Leute. Was macht er denn hier? Mr. Matthews, ich glaube. Und wer bist du? Rip Van Winkle. Huh. Guten Tag, Sir. Agent Milton, Pinkerton Detective Agency. Agent Ross. Ah, Mr. Morgan. Die haben wir am Schwimmen getroffen. Wisst ihr das noch? And to what do we owe the pleasure, Agent Moron? I don't know if you're aware, but this... This is a civilized land now. We didn't kill all them savages only to allow the likes of you to act like human dignity. And basic decency was outmoded or not yet invented. This thing... It's done. This place... Ain't no such thing as civilized. It's man. So in love with greed, he has forgotten himself and found only appetites. And as a consequence that lets you take what you please, kill whom you please and hang the rest of us? Who made you the messiah to these lost souls you've led so horribly astray? I'm nothing but a seeker, Mr. Milton. You ain't much of anything more than a killer, Mr. Vanderlinde. But I came to make a deal. It's time. You come with me, and I give the rest of you three days to run off, disappear, and go and live like human beings someplace else. You came for me? Risk life and limb in this den of lowlifes and murderers so that they might live and love? Wow. Ain't that fine? What? I don't want to kill all these folk, Dutch. Just you. In that case, it'll be my honor to join you. Excuse me, friends. I have an appointment to keep with... I think your new friend should leave now, Dutch. You're making a big mistake. All of you. Oh, yeah. Dreadful. We have got something. Something to live and die for. How awful for us. Mr. Milton, stop following us. We'll be gone soon. I'm afraid I can't. And when I return, I'll be with 50 men. All of you will die. Run away from this place, you fools! Run! Come on! Get your damn hands off of me, boy! What now? Get out of here. And quick. Any ideas? I know a big old house hidden in the swamps outside Saint Denis. I'm sure they'll find us eventually, but it should buy us a few days. A few days is all we need. It's a spot out by Shady Bell. So, Lenny and I got into that dispute with the previous occupiers. The place is well hidden. You and Arthur, ride out to make sure no one else is moved in. Lenny, go follow those fools out of here. Make sure that they leave. And John, we'll get Jack back. And we'll get going. The rest of you, get packing! Come on, John. This is the place. 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 I'm going to go. Then we'll see if the house is still free. We'll always go from one place to the other place. It's going to be alright, John. We should be going for Jack. We will. What is that? We have to move everyone first. Before Sebastian Milton comes back with an army. We're not used to Jack in jail. We're at the end of a rope. I don't even know what to think no more. Just gotta keep our cool. Be smart about this. Smart? Are you joking? We make too much noise once again. Would you have right to us? I mean, how many people we killed the past few weeks? Far too many. It's Dutch playing his games. Hosea too. Get involved with those two families. Master conmen working their magic. They thought there was a lot of gold. Yeah, they thought there was money. Ain't there always. Look, Marston. I don't know what to tell you. Things don't always work out. That ain't nothing new. That's true. We lost Sean. Mack. Davey. Jenny. And for what? We can't change what's done. Yeah, but man erinnert sich so gern zurück an die Vergangenheit, ne? Come on. It ain't all bad. We've had a rocky run. We'll be okay. We'll get through it. We'll give our Pferd was to eat, damit es wieder schön die Kerne auflädt. Stell die Ausnahme des Pferdes wieder her. Dutch will fix it. Dutch will come up with a big plan. Come on. Right now? Every clan gets us in the worst trouble here. We're getting further from where we're meant to be going. Hey, you can't put all this on. Gibt's da auch irgendwas für unsere inneren Werte? Ne, oder? Warte mal. Eine gute Mahlzeit. Füllt alle Kerne des Pferdes komplett auf. Und verleiht einen Tag goldene Kerne. Alter, das ist ja mal heftig, ne? Von allem nur zwei Stück. Okay, ähm. Lass uns das mal machen. Mal gucken, was dann kommt. Wenn er das nimmt. Nimmt das glaube ich nicht. Wir dürfen nicht alle nur auf Dutch hören. Das ist ganz einfach, man. Der Dutch ist zwar korrekt, aber seine Ideen müssten manchmal überlegter sein, finde ich. Da ist das Haus, glaube ich, oder? Da waren wir ja schon mal. Ja. Vier Wallen und ein Ruf. Wir gehen in die Welt. Wir sind nicht direkt da hingezogen? Ja. Komm schon. Wie schnell wir das gemacht haben, desto besser. Wirst du sicher, dass dieses Ort empty ist? Ich bin nicht sicher, dass ich nichts. Okay. Lass uns die Hände hier und schauen uns. Ja. Würde ich auch sagen. Ich werde von deinem Leben jetzt auf Dutch, Alter. Würde ich sagen. Ah, wir sind die neuen Nachmieter. Oh mein Gott. Scheiße. Eins, zwei und drei. Wow. Ach du Scheiße. Rein da. Wo ist der? Wo ist der? Wo sind die, hä? Der schießt immer zweimal. Ich mach die alle platt. Kommt her. Wo? Sorry. Der arme. Tut mir leid, man. Ist doch... Boah. Heilige Scheiße. Was stellt der mit denen an? Ja, wir sind... Wir müssen alle töten einfach. Das ist zu krass. Aha. Hi. Habt ihr das gesehen? Nein. Oh mein Gott. Ich hab einfach beide Schüsse rechts und links vorbeigeschossen. Und der Typ hat mich echt fassen. Wir sehen uns gleich wieder. So Leute, jetzt kommt der Hund wieder. Warum kann ich den nicht einfach hier durchballern? Ach, siehst du? Ich bin so ein Idiot, ne? Das ist zu krass. Der hat mich einfach geholt. Ey. Junge Leute, Alter. Das war der größte Fail ever. Seid mal ehrlich. Ich geh da rein. Schieße rechts und links an dem vorbei. Und der kommt einfach. Mit seinem Messer auf mich angelaufen. Und sticht mich ab, als wäre Gillette Abdi. Ach, du heilige Scheiße, ey. Ich hebe die Leiche auf. Oh shit, ich wollte die... Eigentlich wollte ich die ja aufheben, aber... Ja, der Rille Peter plündert die erstmal, ne? Da haben wir noch eine schöne goldene Tasche nur gerade gefunden. Mach ich doch, Mensch. So. Jetzt müssen wir das Haus quasi entsäubern. Einmal einen kleinen Grundputz machen. Wir folgen mal dem John. Ähm... Junge, Junge, das ist schon krass, was die gemacht haben, ne? Also... Meint ihr, die Menschen an sich waren damals eiskalter als heutzutage? Muss eigentlich, ne? Eigentlich muss. So. Ich kann mit dem Rest der Barsch. Okay. Du gehst mit dem Karavan und guierst sie in. Hol eine weitere Leiche. Okay, das machen wir eben voll und dann sehen wir uns gleich wieder. So. Wir haben... Den nächsten reingeschmissen. Müssen wir jetzt noch weitere oder warum kommt jetzt gerade die Kinokamera? Ich glaube, wir müssen nicht alle reinschmeißen. Wir haben jetzt zwei reingeschmissen. So. Und da... Oh, da kommen schon direkt alle anderen, okay? Zu krass, wie schnell. Zu krass, wie schnell. Arbeit, deine Magie. Arthur. Geh mit mir. Sicher. Komm. Dodge? Ja? Kann ich mit dir ein Wort haben? Nicht jetzt. Komm, Arthur. Ja, Dutch und Arthur. Das perfekte Traumduo, Alter. Die zwei. Ich feiere die abnormalen Kombi. Glaubst du das, Frau? All I've got going on. And she wants to talk. Everything okay with you two? I got far more important things to worry about right now than Molly O'Shea. So, where are we going? To take a look at this eighth wonder of the civilized world, Saint Denis, I keep hearing about. According to the map, the road up this way should lead us right in there. Okay. I guess this day ain't over yet. Not quite. Good work back there, Arthur. Everything went okay? Few loose ends. Nothing major. And John? About what you'd expect. He's taking it hard. We are going to get that boy back. Whatever it takes. I need you to start asking around in the city for Bronte. Hey, subtly, of course. Public places. Maybe start with the saloons. Anyone who can put us in contact with him. Of course. What about the Pinkertons? What about the Pinkertons? I'm fairly sure nobody followed us. We moved out fast. We should be safe for a few days here. And then? I think we need to move a little further. Oh, schon wieder weiterziehen, ey. Das ist doch scheiße, sowas. Hey. The mess with those two families. Losing Sean. I see things differently now. For a long time. God damn it. Hey. Hey. I truly believe the paradise lay somewhere in the west for us. But I just don't know anymore. So we're leaving the country now? Maybe. I'm still thinking about it. Whatever we do, we'll need more money. Okay. Okay. There she is. A real city. The future. Alter. Oh mein Gott. Die erste richtige Stadt, oder was? Krank. Das sieht heftig aus. I'll find you in there. Go see what you can figure out. Yes. Ey, Leute. Das sieht Bombe aus, ne? Das ist ja die erste Großstadt quasi hier. Heftig. Kapitel 4. St. Denise. Wir sind bei Kapitel 4 angekommen, Leute. Ich glaub, das Spiel hat 6 Kapitel. Das heißt, wir haben genau jetzt die Hälfte erreicht. Und die andere Hälfte erwartet uns noch. Alter. Die Schlacht von Shady Belle. Ey, wir kommen hier grad voll bei Mafia 3, ne? Äh, Mafia-Zeiten, Alter. Guck dir das, Mann. Das ist einfach ne Großstadt. Heftige Scheiße. Ey, ich bin grad richtig geflasht, Freunde, ne? Oh mein Gott. Guck mal hier, Straßenbahn und so. Was? Ey, Leute. Hättet ihr jetzt damit gerechnet, Leute? Ey. Das ist grad mal übertrieben krank. Und wir gehen mal erstmal rüber hier. Zum BR. Zum BR. Ey, kranke Scheiße. So war früher das Leben. So nicht anders. Eine Mission machen wir auf jeden Fall. Auf jeden Fall. So, wir sollen das nochmal ein bisschen erkunden, ja? Ey. Ich bin richtig... Oh mein Gott, wer ist das denn? Ach der... Die Freuden der Zivilisation. So, ich dachte so. So, hier sind wir in eine strange Lande, mit Papisten und Rappisten. Die ganz eigene Gomorra. Diese Stadt ist alles gleich mit mir. So, wie geht's dir? Ich habe mich gefragt, über Mr. Bronte. Und von dem, was ich gehört habe, diese Begründung ist unsere beste Leid. Aber ich habe noch keine Freude in da so far. So, ich würde es nur ein Schuss machen? Ich denke so. Just keep es cool. Du kennst mich? Ich will dich zurück hier oder nicht. Oh, dicke Bar oder was? Ja, hallo. Ich bin Afur. Ich bin da... Oh, wie alle gucken, ne? Wie alle mich angucken. Barkeeper, Bruder, gib mal was hier. Barkeeper. Hallo. Gib mir einen Drink jetzt. Ich bin Entschuldigung. Ich habe hier ein paar sehr sehr... ...impatiente Kunden. Jetzt... Wie kann ich helfen? Du siehst wie ein Whisky-Mann. Ja, Mann. Gib mir einen dicken 43er. Sure. 43er ist auch geil, Mann. Aber... Whisky Jack Daniels, Bruder, gib ihm. Oh, das ist das echte Werk. Von Scotland. Heftig, ne? Ich will früher in diese Zeit zurück, Freunde. Ich will... Ich will einmal in diese Zeit zurück. Das sieht so krass aus, ne? Das heißt nichts Gutes, ne? Das heißt, der Junge, der Jack. Ja, genau er. Genau der. Frage in der Gasse nach Bronte. Ey. Ja, ich bin vorsichtig, Alter. Tun wir das, als ob das jetzt keine Ahnung wer wäre. Ne? So, dass das jetzt der größte Mafia-Boss wäre. Was wollen die, Mann? So. Ey, Leute, wie geil das ist, einfach hier rumzulaufen. Das kommt mir gerade vor. Wie, als ob ich bei GTA wäre. Aber ganz altes GTA. So. Ah. Hey, you got a cigarette, mister? Maybe. Huh? I'm looking for a fellow named Angelo Bronte. I tell him. I know him. Everyone knows him. Where is he? We'll take you to him. What'll cost? I reckon I can pay. Five dollars. Where's he live, New York? I'm an entrepreneur. You don't want to pay, then I don't want to walk. Oh, man. Die rennen jetzt safe weg. Come on. This way. Let's go, mister. You coming, Cleet? Der führt uns bestimmt irgendwo hin, wo wir gleich verprügelt werden. Der Junge ist doch gerade mal 13, oder? Hat er gerade nach Zigaretten gefragt? Pretty much. Don't worry. No one knows it's as good as me and Cleet. Is that right? Alter, guck mal. I hope you won't need his services, but you got the doctor on the corner there. Ah, ein Doktor ist da. Heftig sieht das aus, ne? Heftig, oder? Oh, mein Gott. Nein. Heftig. Bet, they don't have nothing so fine where you come from, mister. Look at them fine stuff. Oh, mein Gott. Hey, hey. You little pair of shit. Ich hab's gewusst. Ich hab's gewusst. Verfolge den Jungen. Hallo. Wo ist mein Pferd? Pferd. Hey. Hey. Oh, mein Gott. Pass auf. Die Bahn, Junge. Bye, mister. Pferd. Hey. Mein Pferd ist da hinten. Schnell, 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 schnell. Pferd, 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 Pferd. Ich hab doch gepfifft, aber er hat nicht reagiert. Ich hab keine Chance, sagst du? Ich hab's gewusst, dass die uns abziehen wollen, sie kleinen Kinder. Das gibt immer solche kleinen Rotzbängel. Das werden wir sehen. Ich spring gleich auf den Zug drauf. Und was machst du jetzt, Kleiner? Ich kann hier nicht auf dem Pferd bleiben. Das geht nicht. Wo ist der hin, hä? Hä? Hat er sich grad denn Luft aufgelöst? Nichts? 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 Nichts, old man. Hey. Du musst jetzt stoppen. Jetzt. Der Junge ist aber echt schnell, ne? Aber wir haben noch genug Ausdauer. Komm. Ah, verzieh mal durch, Junge. Was ist los mit dem? Nein. Tritt die Türe ein. Junge, wie schnell dieser Junge ist. Wo ist der? Du bist gleich da hinten, old man. Nenn mich noch einmal, alter Mann. Er wird auf jeden Fall von mir eine Respektschelle kriegen, ne? Ich könnte niemals den Jungen so umbringen, aber der wird auf jeden Fall eine fette, fette Respektschelle von mir kriegen. Wow, war das knapp mit der Bahn. Ey, soll ich jetzt einfach mal die Waffe rausholen? Ganz ehrlich, ich hol jetzt die Waffe raus, ne? Suche auf dem Markt nach dem Jungen. Wo ist der Junge hin? Mal platz, du kleiner Hund. Ah, der ist da hinten, okay. Fuck, ich sehe ihn, ich sehe ihn. Der ist weg. Weiter, weiter, weiter. Schneller, warum rennt der denn nicht mehr? Hallo? Hey, bleibst du hin? Oh mein Gott. Was ist der Problem, Freund? Alter, du... Was bist du, Freund? Was bist du, Freund? Ich bin dein Freund. Aber das Kind ist, und er hat mich verabschiedet. Jetzt gib mir meine Sachen zurück, und mach mich an Angelo Bronte. Senor Bronte. Das Kind war mir vor mir zeigen, bevor er hat mich verabschiedet. Waffe ich dir? Du bist neig in der Stadt, Herr? Waffe ich dir. Herr Bronte hat viele Freunde, Herr, aber ich habe nie gesehen, Herr. Wir sind nicht Freunde. Du magst niemanden, Herr. Herr Bronte hat eine schöne Haare. Er hat eine schöne Haus, und ich bin stolz für ihn. Er hat 50 Menschen, Herr. Warum will er etwas über dich interessieren? Ich will nur mit ihm sprechen. Ich bin sicher, Herr. Du und deine Freunde haben ihn gefragt. Wir haben ihn alle über die Stadt gefragt. Er hat sehr disrespektiert. Ein paar verletzten Yankees in der Stadt, die Fragen stellen. Du und deine Freunde sollten ihm eine Besuchung, Herr. Er hat ein großes Haus auf der Flavien Street, auf der Opposite des Parkes. Hey, Yoko. Jetzt, raus! Alter, was sind das für Kinder, Mann? Das ist gar nicht gut, Leute. Das ist gar nicht gut. Also dieser Bronte scheint doch ein sehr, sehr krasser Typ zu sein. Definitiv. Heilige Scheiße, ey. Also das kann was werden, Freunde. Aber ey, was ist das für ein geiler Story-Wechsel auf einmal, sage ich mal. Dass man jetzt hier in einer kompletter neuen Stadt ist, in einer richtigen Großstadt. Und jetzt das neue Kapitel begonnen hat. Ich finde das wirklich mega geil. Muss man einfach so gesagt haben. Weil ich hätte jetzt nicht gedacht, dass wir in so eine Großstadt kommen, dass es sowas schon da gab zu der Zeit. Ich würde gerne mal in diese Zeit zurückgehen und einmal wirklich ein, zwei Wochen dort leben. Einfach mal gucken, wie es so war. Ohne Handy, ohne gar nichts. Einfach sein Leben genießen, arbeiten gehen. Einfach mal gucken, wie es so ist, damals gelebt zu haben. Bin ich ganz ehrlich. Ist er nicht da, der Dutch? Wo ist er? Dutch? Leute, seht ihr Dutch irgendwo? Ah, da hinten ist er. Okay, okay. Jetzt sitzt du einfach auf der Bank der Rille, Peter. Dutch, was machst du denn da? Wo hast du denn? Ich bin robbt. Wer war? Ein paar Kinder. Oh. Ich will ihn nicht mehr. Aber ich habe gefunden, Mr. Bronte. Es scheint, dass es ein italiener Mr. Big in Tal. Oberspaghetti. Jeder kennt ihn, aber niemand will darüber sprechen. Wahrscheinlich lebt er in einem großen Haus auf der Flavienstraße, gegenüber dem Partner. Ha. Good work. So, was jetzt? Wir gehen ihm eine Besitzung. Ich bekomme John, du möchtest uns da. Whatever es braucht, müssen wir diesen Jungen zurückkommen. Ja, was immer wir auch tun müssen, wir holen den Jungen zurück, definitiv. Ey, für mich hat sich jetzt gerade so eine geile Tür geöffnet mit diesem neuen Kapitel. Ich bin ganz ehrlich zu euch. Ich freue mich abnormal drauf. Ich kann nicht entscheiden, was ich weniger mag. Die Swamps oder die Stadt. Beide sind voll von Parasiten, Reptilen und Slime. Für einen langen Weg nach dem Land, das wir kennen. Farbe aus einem wirklich örtlichen Land. Das stimmt. Die ganze Zeit war so eine Country-Mission. Und jetzt sind wir einfach, sag ich mal, irgendwo im Nirgendwo, ey. Krank. Und ja, Freunde, damit würde ich sagen, sehen wir uns bei der nächsten Folge wieder, die sofort morgen kommen. Mit unserer Pferd ist gerade schön am Kacken. Gönn dir, Brudi. Und dann machen wir am nächsten Mal weiter in der Großstadt, werden wir jetzt die Mission machen. Es kommt GTA-Feeling her. Schaltet auf jeden Fall morgen wieder alle ein. Gleich kommt noch WWE. Lasst einen Daumen nach oben da. Checkt doch alle Links in der Videobeschreibung aus. Instagram, Level Up und so weiter. Bestellt euch gerne was, wenn ihr wollt, mit dem Code auf Brille. Und da würde ich sagen, ich bin raus. Haut rein, Freunde. Und ciao!